Anzeige wegen Volksverhetzung gegen die Alternative für Deutschland. Ihr habt euch nicht verhört, Leute. Auf der Wahlparty der AfD wurde die Melodie, irgendein Song, angestimmt, Zitat, mit dem Text, wir schieben sie alle ab. Ein Grünen-Politiker hat jetzt tatsächlich Strafanzeige gestellt. Wir gucken uns diese aktuelle Situation genau an und fragen uns an der Stelle auch mal, was ist eigentlich aus den Sylt-Leuten geworden? Wie sieht es denn da gerichtlich aus? Moin zusammen, ich bin Olli und wir gehen direkt rein. Ihr seht es hier, Zitat, AfD-Anhänger grüllen Song of Wahlparty. Wir schieben sie alle ab, Zitat. Die Polizei prüft natürlich diesen Vorfall und möchte kontrollieren, was da genau gelaufen ist und was da abgeht. Und ich würde gerne eure Meinung in den Kommentaren dazu wissen. Wie kann es denn Volksverhetzung sein, wenn hier gesagt wird, wir schieben sie alle ab? Also da frage ich mich beim besten Willen, was soll denn das? Also man kann es auch übertreiben, sage ich jetzt mal dazu. Das ist doch an den Haaren herbeigezogen, oder? Also mit Volksverhetzung hat da wirklich nichts zu tun. Und wenn man sich mal die eigenen Reihen der AfD anguckt, dann wird einem schnell klar, dass das Quatsch ist. Hier heißt es in dem Artikel, auf einer Wahlparty der AfD stimmt der Parteienachwuchs ein Lied an, in dem zur Abschiebung aufgerufen wird. Grundlage ist ein Partyhit aus dem Jahr 2009. Ich weiß nicht, welcher das ist, also Gigi D'Agostini ist älter. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Grünen-Politiker Volker Beck erstattet Anzeige wegen Volksverhetzung. Die Polizei prüft jetzt den Fall, heißt es hier. Das kannst du dir alles beim besten Willen nicht mehr ausdenken. Als ob unsere Polizei mit 13.844 Messerdelikten im letzten Jahr, nicht weiß Gott, Besseres zu tun hat als so etwas. Oder sehe ich das falsch? Junge AfD-Anhänger haben am Sonntagabend auf der Wahlparty der Partei in Potsdam mit dem Lied zum Thema Abschiebung provoziert. Hey, das geht ab, wir schieben sie alle ab, wir schieben sie alle ab. Ich glaube, doch, Moment, so von Melodie ist das Atzen, die Atzen oder irgendwie so hieß das doch. Ja, wenn ihr es besser wisst, schreibt es dann gerne in die Kommentare. Die dazugehörige Melodie stammt vom Partysong Das geht ab, wir feiern die ganze Nacht. Okay, so, und dann geht es hier weiter. Zu dem Song hielt ein junger Mann auf einer Tafel die Aufforderung, millionenfach abschieben hoch. Unter den Feiernden, Feiernden, ja, war auch die Vorsitzende der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative in Brandenburg, Anna Leisten. Mir fehlen die Worte bei so einer Situation, so einem Verhalten. Jetzt wird hier Strafanzeige oder Anzeige erstattet. Der grünen Politiker Volker Beck schrieb unter Videos auf Ex, er habe die Verantwortlichen der AfD nach Paragraf 130 des Strafgesetzbuches wegen Volksverhetzung angezeigt. Migranten und Flüchtlinge sind Teil der Bevölkerung. Diese Forderung stachelt zum Hass auf und fordert zu Gewalt und Willkür Maßnahmen, Millionenfachabschiebung auf, schreibt Beck. Die Polizei Brandenburg antwortete, der Vorfall werde geprüft. Und damit man natürlich sehen kann, dass das alles realistisch ist, wir sehen hier Volker Beck, heißt der Herr, und sehen ja hier seine Vita, alles drum und dran. Und er hat tatsächlich hier das hier gepostet bezüglich Paragraf 133 Strafgesetzbuch, nachdem dieses Video hier von der Spiegeljournalistin, müsste das sein, wenn ich richtig im Kopf habe, genau, gepostet wurde. Und dementsprechend, daraufhin hat er dann auch noch das hier gepostet, das ist doch Volksverhetzung nach Paragraf 130 Strafgesetzbuch, die Versammlung gehört aufgelöst. Und verlinkt dann hier die Polizei Brandenburg dabei. Das ist schon spannend, denn die Polizei hat tatsächlich, wie ich auch gerade eben gehört, geantwortet, Zitat, vielen Dank für den Hinweis, hier drauf bezogen, vielen Dank für den Hinweis, der Sachverhalt wird geprüft. Danke. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Das ist natürlich sehr intolerant und rückständig, wenn man jetzt hier auch noch fragt, ob man nichts Besseres zu tun hat. Und wenn man sich das anguckt, ihr müsst auch ein bisschen hier auf die Anzahl der Views achten. Das sehen wir dann nämlich bei dem hier zum Beispiel, Olaf Sundermeyer, Redaktion rbb24. Und da sehen wir hier, das Video hat Aufrufe 119.000 und bei der Dame hier, Moment, da muss man hier draufklicken, hat es, sage und schreibe 454.000. Wird das der nächste Hit? Ich gebe mal hier eine Prophezeiung ab, wie dieses Döp-Döp-Döp-Lied, wird das hier der offensichtlich nächste Hit? Und wird somit jetzt erst bekannt. Ich kannte das nicht. Ich habe ja gerade eben so beim Vorlesen gemerkt, ja, die Melodie, irgendwo erkenne ich das und so. Und das ist jetzt hier drin wirklich ganz extrem gespeichert in Verbindung. Immer wenn ich an dieses Lied denke oder dieses Lied hören sollte, denke ich aber an diesen anderen Text. Genauso wie beim Gigi D'Agostino. Das kriege ich auch irgendwie nicht mehr raus. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Das haut nicht mehr hin. Aber wisst ihr, Leute, wegen so einem Quatsch jetzt, so eine Welle hier zu machen, das finde ich, ist halt schon eine ganz, ganz krasse Nummer. Das ist schon wirklich absoluter Wahnsinn, was hier wieder mal passiert. Mal gucken, wann dieses Lied dann quasi auf dem Index landet, wie Gigi D'Agostino. Wenn das nämlich jetzt bei irgendwelchen Veranstaltungen gespielt wird, man hat ja Angst, dieses Lied zu spielen. Das wird ja oft ganz häufig direkt gestrichen und ähnliches. Dann wird das Ganze nicht mehr abgespielt. Ja, Leute, das kannst du dir alles beim besten Willen nicht mehr vorstellen, was hier passiert. Und da kochen offensichtlich Erinnerungen bei vielen, nämlich um Sylt wieder hoch. Und wenn man sich das Ganze hier mal anguckt, sag hier, sehen wir das Ganze ja. Syltzong Gericht, letzter Artikel hier so vom Juni, vom Mai, vom Juni, vom Mai, vom Juni. Wir sind jetzt hier Mitte, Ende September. Das heißt, hier haben wir seit drei Monaten nichts mehr von gehört, keine aktuellen Situationen. Und ich suche ja hier quasi nach einem Gerichtsurteil oder ähnlichem. Ich gucke noch mal. Also das, was realistisch war oder was passiert war, das war ja auch bereits im Juni, unverpixelt wurde es ja teilweise veröffentlicht. Und das durfte man nicht tun. Ihr wisst das, ich bin ja auch immer wieder ein bisschen vorsichtig. Mit Videos einblenden und sowas mache ich ja auch sehr ungerne. Da kriegst du ganz schnell rechtlich richtig Probleme und musst richtig blechen, alles drum und dran. Und dementsprechend, das wurde gemacht. Aber ansonsten, über die Kandidaten aus dem Video, habe ich keine Informationen mehr vorliegen, nichts mitbekommen. Wurden die angeklagt, wurden die nicht angeklagt, wurde irgendwas gemacht in der Richtung? Nein, soweit ich weiß eben nicht. Denn wir haben es ja bei zahlreichen anderen Kandidaten gesehen, wo dann die Gerichte oder die Staatsanwälte auch gesagt haben, ja, wir haben den Anfangsverdacht geprüft und der hat sich nicht bestätigt, weil alleine ist diese Parole nicht strafbar. So hieß es ja bereits auch schon vom Bundesverfassungsgericht, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2010 oder 2011. Wie gesagt, es ist wieder drei Monate her, diese Situation. Und das ist halt schon absoluter Wahnsinn, dass jetzt hier wieder mal so eine Welle versucht wird zu machen. Da hat wohl jemand das grüne Wahlergebnis am Abend nicht ganz so gut verkraftet. Sagen böse Zungen, ich würde sowas natürlich nie sagen, da kennt ihr mich natürlich. Ich halte euch im Laufenden, mal gucken, ob hier wirklich jetzt auch irgendwas eingeleitet wird mit Ermittlungen und sonst was, was dann dabei rauskommen wird. Ich halte euch im Laufenden, deswegen jetzt abonnieren. Bis zum nächsten und ciao.